Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten. Ja, ihr habt es gesehen, die 10 steht da jetzt immer, wenn man das Spiel startet. Auf Android ging das ganze Spektakel letzte Woche schon los. Auf iOS, also auf den Apple Geräten, habe ich jetzt heute Morgen mein Clash of Clans tatsächlich von Hand aktualisieren können. Aber es gibt dann immer so eine kleine, kleinere Flut von kleineren, ich weiß nicht, so Bugs sind es vielleicht nicht. Aber es gibt natürlich immer Ungereimtheiten, beziehungsweise es gibt immer kleinere Zeitabweichungen von dieser 10, was das Spiel angeht, was die News angeht. Natürlich deutsche News, englische News, französische News etc. Ich habe mein Client heute auf Deutsch und gestellt. Oh, ich weiß gar nicht, warum der immer tausendmal synkt hier. Ah, hier. Und die Supertruppen sind da, also die letzte Info von hier. Da kamen sicherlich aber noch andere Infos. CWC hat gestern gespielt und so weiter. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon wieder raus ist. Aber wenn man jetzt hier rauftappt und ich tappe hier jetzt gerade drauf, das seht ihr zwar nicht, aber vielleicht hört ihr es. Supertruppen, ich kann da nicht hinklicken, aber das Frühlingsupdate kann ich reinklicken. Ist vielleicht dann, vielleicht stellen sie es dann ab, dass ich mir auch noch mal die Supertruppen angucken kann. Obwohl ich die Supertruppen natürlich im Moment im Ausbau habe. Ich hoffe, ihr habt euch immer, oder ihr habt euch schon für eure Lieblings-Supertruppe geoutet. Also meine sind ganz klar, glaube ich, die Supermauerbrecher, obwohl ich die Schleichkubolder auch nicht schlecht finde. Ich finde die Schleichkubolder auch nicht schlecht. Aber ein wenig Clash of Clans, also das hat in jedem Fall nicht aufgehört. Ich stelle den Client aber doch nochmal eben auf Englisch um. Das solltet ihr auch ab und zu ruhig mal machen. Also ich wechsle auch mal zwischen Deutsch, Englisch, um zu gucken, gibt es da was Neues, gibt es da was Neues. Denn hier gibt es ganz, ganz andere News, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Hier gibt es also Clashy-Tipps to keep your entertained. Und von vielen, vielen YouTubern gewisse Links zu Videos, wie man was macht, Rage-Barbaren, start einen kleinen Account und 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 und. Also hier gibt es etliches, was man hier entdecken kann, wo man hier reinklicken kann, wo man verlinkt wird und so weiter. Und ich finde es nicht schlecht, bis hin zu den Funny Arts hier, die finde ich übrigens sehr, sehr gut. Ich finde es nicht schlecht, dass das so angeboten wird und das ist auch der Hammer, eine Clash of Clans Cake. Muss ich mal so sagen. Clash of Clans Kuchen, da hat sich jemand richtig was einfallen lassen, auch nicht schlecht. Naja, aber wir sind hier noch immer noch bei den Events. Ihr seht, die Clangames gehen noch einen Tag, zwei Stunden. Die Aprilsaison geht noch drei Tage, 21 Stunden. Zwei Tage, 21 Stunden geht das Event noch. Also falls ihr das noch nicht gespielt habt oder ihr vielleicht noch ein paar Tropen braucht, wollte ich gerade sagen. Kommt hier mal rein. Nee, kommt hier nicht rein. Wir kriegen auf jeden Fall ein Game Boost noch dazu. Hawk Heaven. Also es gibt noch mal ein paar Spielchen vor der eigentlichen nächsten Clan World Liga. Aber auch hier haben wir eben wieder bemerkt, dass es zwar eine coole Funktion ist, wenn man hier in den Clan reinklickt und klickt My Clan. Da steht ja jetzt Required Town Hall Level 13. Also ihr müsst mindestens Rathos Level 13 sein, um diesen Clan hier zu betreten. Es ist nicht mein Clan. Ich muss das ja öfter auch mal in den Livestreams sagen. Sondern ich bin hier Dauergast. Aber ich habe die geforderte Heldenkombi. Das steht jetzt im Text bei uns auch mal drin. Hacker 70, 70, 50, 20. Bewerbung und Kontaktaufnahme. Allerdings nur noch über Discord. Also wer hier jetzt anfragt und die Kriterien zwar erfüllt, wird hier trotzdem nicht angenommen, weil der Kontakt wirklich nur noch über Discord hergestellt wird. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind. Aber ihr seht selber, wir sind hier 49 von 50. Und das sind nicht alle SMS-Leute. Einige tingeln noch in anderen Clans rum. In Spätzle mit Soos 2. Dann haben wir mittlerweile einen neuen Event-Clan. Also hier geht unheimlich viel um das Spiel herum. Und wir sind eigentlich immer auf einem ganz guten, ich will nicht sagen Gewinnerweg, aber ich glaube wir haben zwischendurch schon wieder einmal verloren. Aber die anderen CK ist immer so ultra, ich will nicht sagen ultra knapp, aber ultra knapp von der Zeit her. Denn viele greifen hier, so wie ich auch immer gerne, sehr sehr spät an. Das liegt dann daran, dass ich ungern so von der Arbeit aus angreife oder halt oder von unterwegs her mit dem Handy oder so. Sondern wirklich schon ein bisschen meine Ruhe haben möchte und einfach hier zu Hause sitzen möchte. Wir haben 18 Angriffe, 42 Sterne. Der Gegner hat 24 Angriffe und hat 49 Sterne. Das sieht ganz gut aus. Auf beiden Seiten wird sicherlich wieder ein spannendes Match. Auf beiden Seiten 8 Sterne, beziehungsweise nicht 8 Sterne, 8 mal 3 Sterne. Und auch unser Gegner spielt auch Champion 1, Iranian Gold 2. Also auch starke, starke Dörfer, starke Angreifer. Nette Siegesserie, okay, die gilt es zu schlagen. Und, aber wir, wir sehen den ganzen, wir sind sehr sehr zuversichtlich. Wie gesagt, auch hier bei uns spielt Discord immer eine ganz ganz große Rolle. Wenn wir unsere Klankriege hier dann beenden, so muss man es sagen. Denn zu Anfang macht erstmal jeder so einen Angriff für sich so. Man kann sich natürlich helfen lassen, gar keine Frage. Kurz mal gefragt, kann mal jemand in Discord kommen oder man tippelt halt seine Taktik in den Chat rein. Und der Kutschi hier gegen Sarah Queen entscheidet sich erstmal für einen Yeti Blimp hier, um das kleine Compartment hier rauszunehmen. Das gelingt ihm eigentlich auch ganz gut. Damit ist schon mal der, eine Inferno Geschichte. Und hier geht es weiter mit Queen Charge, beziehungsweise Queen ist das ein Charge oder ein Walk. Kann man ja auch schlecht sagen. Aber die Queen kann eigentlich sehr sehr gut hier Richtung Adler marschieren. Und auch Richtung der gegnerischen Queen vor allen Dingen. Die will er sicherlich rausnehmen, weil es mit dem Hybrid danach weiter geht. Schöne Kombi übrigens kann ich immer noch nicht. Muss ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr üben. So will ich es mal sagen. Naja, ich habe in der letzten Woche relativ wenig an Videos gemacht, habe aber am Wochenende live gestreamt. Und könnt ihr mal auf den Twitch-Kanal gucken. Da gibt es nette Clips, kann ich euch sagen. Man kann da so kleine Clips machen von so Anekdoten, die dort in den Streams passieren. Und ist schon eine witzige Sache, muss ich sagen. Aber, oh, das ist glaube ich ein bisschen laut. Ich habe es mal gerade ein bisschen leiser gemacht. Und ist schon eine witzige Sache, was da so zusammengetragen wird. Aber ihr dürft nicht alles da für wahre Münze nehmen und für ernst nehmen. Also wir haben dort halt unseren Spaß. Aber ich habe auch Spaß an den Videodrehs vor allen Dingen hier wieder. Denn es gibt ja reichlich für mich. Es gibt so reichlich für mich. Ich habe gar nicht so viel Zeit, um so viele Videos eigentlich zu drehen. Und ich muss mir die Zeit dann auch irgendwo immer nehmen. Irgendwo muss ich sie mir immer stehlen, um hier ein bisschen was zu Papier zu bringen, was dann auch so ein bisschen passt. Aber 10 Jahre Supercell passt in jedem Fall. Viele hatten erst gedacht, dass bei der 10 das Alter von Hayday, glaube ich, angegeben wurde. Beziehungsweise 10 Jahre Hayday. Das ist aber, glaube ich, nicht so. Das ist 10 Jahre Supercell. Denn Hayday gab es erst ein Jahr später als Clash of Clans vor allen Dingen. Clash of Clans gibt es jetzt seit 2012. Und Hayday gibt es seit 2013 meines Wissens. Ich habe auch einen Hayday-Account. Und ich habe mal nachgeguckt. Das kam ein Jahr erst später raus. Oder vielleicht auch nur ein Dreivierteljahr später oder sowas. Aber Fakt ist, dass hier ein Jubiläum gefeiert wird. Ich habe es jetzt auch so hier und da mal nachgelesen. Ich bin ja nicht so der Social-Media-Mensch. Ich bin ja eher so ein Social-Media-Muffel. Aber dennoch glaube ich, dass wir hier immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel haben. Auch wenn es ab und zu mal zu mal backt oder man meint, es backt. Aber es gibt sicherlich so kleinere Sachen. Da regt man sich immer rüber auf. Ich rege mich hier eigentlich in den seltensten Fällen über etwas auf. Denn ich komme ganz gut zurecht. Clanspiele muss ich immer noch machen. Ich würde sagen, ich suche mal kurz einen Gegner. Und dann machen wir auch hier mal einen Angriff. Okay, Gegner gefunden. Ich musste es an Mauern machen übrigens. Deswegen passt mir der ganz gut hier. Ich muss jetzt nochmal gerade überlegen, wie gehe ich das eigentlich mal vor. Da unten hat er ein Single-Inferno. Ein Inferno hat er im Ausbau. Und damit ich möglichst viele Mauern hier mache. Ich gucke mal, da ist ein Multi. Okay, so können wir vorgehen, glaube ich. Klar gegen die Luftabwehr, kein Thema. Aber egal, ich will hier so ein bisschen mit den Worten arbeiten, um das ein bisschen zu üben. Dass ich ein wenig mit dem Worten hier mache. Ja, okay. Ich setze natürlich immer die Lufttruppen, obwohl der geht. Der wird jetzt nicht nach da hin weggehen, denke ich mal. Ansonsten könnte ich auch mal die Luftabwehr hier mit den drei Hawks, die ich wahrscheinlich noch aus meiner Spendertruppe hatte, mal so ein bisschen wegmachen. Und jetzt geht er in jedem Fall in seine richtige Bahn. Das ist super. Ich erwarte, ich nehme jetzt auch die Karre. Oh, Worden, nicht weglaufen. Das muss ich doch mal gerade beobachten, den Worden. Auf welche Seite er denn geht. Und den könnte ich eigentlich gerade mal in Wut spenden hier. Oh, jetzt springt er da sogar schon rüber. Okay, wo geht der Worden hin? Das ist jetzt die große Frage. Aber egal. Egal, wo der Worden hingeht. Wir gehen hier unten rein, würde ich mal so sagen. Und zwar auf Ecke hier. Auf diese Ecke. Da gehen wir rein. Zwei Hexen hier mit rein und unsere restlichen Truppen. Wir lassen den Worden da oben einfach mal laufen. Wir lassen den Worden einfach mal laufen. So, den Champion hier mit rein. Und mal gucken, wie weit unsere Karre denn hier eigentlich kommt. Und der Worden macht den Adler. Geil. Das ist sehr, sehr nice. Okay, einmal kurz gefrostet hier. Und jetzt muss ich mal gucken, wie weit denn wohl unsere Karre kommt. Aber ich denke mal, die wird nicht ganz bis zum Rathaus kommen. Deswegen nehmen wir hier schon mal den... Oh, unser Worden. Oh, unser Worden. So, jetzt müssen wir hier aber mal den Scattershot, glaube ich, so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Unsere Karre quält sich da immer noch durch. Aber das um meine Championatin hat sie gerade so erwischt. Okay, mal sehen, ob ich hier noch was anrichten kann. Der war jetzt ein bisschen doof. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Ich habe so ein bisschen umequipped, was die Skins angeht. Okay, die Queen macht in jedem Fall das Rathaus wunderbar. Und ich habe so ein bisschen umequipped. Ich hatte jetzt eben auch den Robo... Den Robo Worden mal. Und habe auch wieder meine Autumn Queen, glaube ich, genommen. Also die Herbst, den Herbstskin. Und beim Dicken, beim King, habe ich den Gehörnten genommen. Das war, glaube ich, der Pekka Skin, so hieß der. Passt mir da eigentlich ganz gut. Und ich hatte eine gute Truppe, glaube ich, gerade am Start. Allerdings, die Heiler hier, den Scattershot habe ich noch bekommen. Das ist ja eine Tati in Clash of Clans, also eine Errungenschaft. Ah, schade. Nicht den gesamten Loot bekommen. Gerade hier unten, oh, da ist noch was. Die knabbert sich da noch durch. Alles klar, mal gucken, ob die das noch schaffen in 9 Sekunden. Nein, das schaffen die natürlich leider nicht. Okay, dann können wir ihr Ende machen. Aber dennoch, glaube ich, ganz netter Loot hier reingeholt. Und dann kann ich hier auch weitermachen. Ich traine die einfach nochmal nach. Die bringen einfach im Moment am meisten für mich an Mauern. Ich weiß, ich bin ganz mau hier. Immer noch nicht fertig, die Clanspiele. Aber ich kriege die schon fertig. Mit einigen Chars bekomme ich die auf 4000 in jedem Fall hier fertig gelöst. Und auch mein Dorf hat ja so ein paar Upgrades bekommen. Beziehungsweise ich habe alle Bogenschützentürme jetzt fertig. Beziehungsweise sind noch welche im Bauch. Konnte jetzt den ersten Minen-Derfer hier anstarten. Und würde ganz gerne, bevor der Pass ausläuft, auch noch die anderen drei starten. Denn Hintergrund ist natürlich, dass hier der Pass ausläuft. Und dann sind die Dinger alle teurer wieder. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ob ich mir ein bisschen Gold auffülle. Vielleicht hier aus dem Shop. Kann man ja mal machen. So für 25 Marken. So zweieinhalb Mille. Dafür sind die Dinger ja da. Oder ob ich nicht noch hier irgendwo so ein Ruhnchen habe. Ich habe eigentlich noch eine Rune. Vielleicht nehme ich die auch mal. Ich muss mal gucken. Ich komme da sicherlich irgendwo rum. Forschungen sind alle durch, Leute. Alle Forschungen sind bei mir ready. Beziehungsweise sind jetzt durch. Die letzten, das letzte waren die Minions, glaube ich. Ja, die habe ich jetzt auch auf Max-Level. Also auch hier bin ich erstmal durch. Ich musste nichts mehr machen. Und sieht hier in dem Dorf ganz gut aus. In den anderen Dörfern. Die sind ein bisschen verwaist. Da werdet ihr aber die nächsten Tage sehen. Leider, muss ich sagen. Das liegt einfach daran, dass ihr wisst selber. Ach komm. Während ich hier quatsche. Kann ich euch auch einen netten Angriff zeigen. Ich glaube den von Wezen eben. Dass ich ja nicht so viel Clash of Clans vor allen Dingen am Tage gespielt habe. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr habt auch nicht so viel Clash of Clans gespielt. Denn das Wochenende war ja sehr, sehr schön. Und diese Woche ist ja erstmal eine kurze Woche. 1. Mai steht an. Tanz und Sauf in den Mai wird es ja in der Form in diesem Jahr vermutlich nicht wirklich geben. Also da bin ich mal gespannt, was die Feiertage jetzt so hergeben. Irgendwann kommt ja auch dann der angeblich sogenannte Vatertag auf und zu. Was das so gibt. Aber jetzt erstmal 1. Mai, 30. April ist ja eigentlich immer, denn schon für viele, also für mich schon seit Jahren nicht mehr, so ein bisschen so Tanz in den Mai oder Sauf in den Mai. Keine Ahnung. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber es wird es ja leider in diesem Jahr in der Form vermutlich nicht geben. Da muss man sich dann irgendwo so, kann man ja über den Zaun machen. Hätte ich fast gesagt. Kann man ja über den Zaun machen oder man kann ja auch im Garten alleine tanzen oder so. Keine Ahnung. Naja, ist schon ein anderes Kapitel, Leute. Und ab heute hat sich ja ganz, ganz viel hier verändert. Wir haben ja eine neue Normalität angenommen heute. Ich habe das heute auch schon mitbekommen, aber ich bin ja schon seit einiger Zeit in den Geschäften und auch da, wo ich meistens hingehe, also wo ich irgendwo reingehe, sogenannter Maskenträger. Ich hoffe, ihr habt auch reichlich Masken, dass ihr auch wechseln könnt und nicht mit irgendeiner Schlapperbinde da vom Mund und Nase rumlauft, sondern dass ihr euch ein paar mehr besorgt habt. Ich meine, die entweder lässt man sich verschneidern, man nimmt einen Schal oder ein Tuch oder was auch immer. Hauptsache, dass sie irgendwas vom Mund und Nase und man kriegt nicht noch Stress mit irgendeinem. Ob es hilft, sei mal dahingestellt. Das wissen vielleicht nur andere, aber ich denke, was angeordnet ist, ist angeordnet. Und hier sind auf jeden Fall drei Sterne angeordnet gewesen vom Weizen auf Scheyesten. Und sehr, sehr schön gemacht. Ich habe den Angriff eben schon live geguckt, während ich einen Gegner gesucht habe. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe das erst live geguckt und habe dann den Gegner gesucht. Aber sehr, sehr schön gemacht hier und auch wieder mit Hybrid. Ich glaube, Leute, ich muss das mal ein bisschen üben. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich das mal ein bisschen üben sollte, um euch auch mal zu zeigen, dass Toto vielleicht auch mal ein 3 Sterne hinkriegt mit Hybrid. Es ist nicht ganz einfach. Es ist für mich nicht ganz einfach. Ich bin im Moment sehr, sehr viel mit Yetis unterwegs. Das ist für mich eine coole Kombi. Da hole ich auch gute Prozente mit. Aber es reicht nicht immer. Oder in den seltensten Fällen mal für drei Sterne. Und deswegen glaube ich mit Hybrid. Ich müsste mal gucken hier in dem 40er-Klankrieg, wie das Prozentual ist, wer womit was am meisten holt. Aber ich habe hier jetzt in dem Klankrieg, glaube ich, noch überhaupt keinen Luftangriff gesehen. Muss ich mal gucken. Aber mit Masse wird hier tatsächlich mit Hybrid angegriffen. Ist auch ziemlich, ich will nicht sagen OP, aber wenn die Basis passen und die passt in dem Weizen hier, dann ist das sicherlich mal was, was ich vielleicht auch mal üben sollte. Wir sind hier auch schon ein bisschen weiter. Ihr seht das. Ich habe jetzt so fast am Stück aufgenommen. Zehn Drei Sterne auf der Seite des Gegners. Neun bei uns. Aber ich glaube, wir sind prozentual hier. Ah, sind wir auch ein bisschen hinter in der durchschnittlichen Zerstörung hier. Okay, 90 Prozent. Aber hier ist ja noch alles offen. Hier sind ja noch ein paar Stunden zu spielen. Nämlich satte neun Stunden 23. Sollen wir den noch mitnehmen? Wir nehmen den noch mit. Kommt von Micha noch gerade mit rein. Ich weiß, die Folge wird wieder ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist mal nicht so schlimm. Dafür hatte ich ja jetzt zwei Tage auch keine Folge gemacht. Also am Donnerstag, Freitag, da hat mich die Faulheit mal so richtig gepackt. Und ich habe mich da so ein bisschen auf andere Sachen vorbereitet. Aber sehr, 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 sehr schön. Vor allen Dingen der Gästgegeteil, Leute. Der Sonntag, denke ich, war ein super Sonntag. Auch wenn man ja nicht so ultra viel machen kann. Aber zum Radfahren, Spazieren gehen und so reicht es immer noch. Also nutzt die Zeit, um auch solche Dinge zu machen. Einige müssen jetzt schon wieder zur Schule von euch. Oder waren jetzt schon wieder zur Schule. Haben sicherlich auch ganz komische Eindrücke. Bei uns steht das noch bevor. Also meine Jungs gehen erst am 4. wieder, wenn sie denn überhaupt zur Schule gehen. Keiner weiß, wie das da im Moment ist. Was da Ambach ist. Ich habe aber jetzt schon die wildesten Geschichten gehört. Pausen werden in den Klassenräumen gemacht. Und es gibt auch welche, die haben gar keine Pause. Weil die Pauker das alles jetzt durchprügeln wollen. Bis zu den Ferien. Oder bis zu den Zeugnissen. Und das ist natürlich auch hart. Also ich finde, das geht auch nicht. Da können wir gerne mal im Livestream rüberquatschen, was bei euch so geht in den Schulen. Denn interessiert mich ja auch. Ich habe ja auch zwei Jungs, die noch zur Schule gehen. Und die sind sicher, die sind auch schon so ein kleines bisschen nervös. Und wenn es dann wieder losgeht, wie komme ich hin? Fahre ich mit dem Bus? Nee, oder fahre ich besser vielleicht doch mit dem Rad? Oh, schön gemacht hier. Mit dem Mauerbrecher. Aber die Queen geht jetzt leider doch außen rum. Jetzt muss er jedoch das Rad raus mit seinen Hocks und mit den Minern holen. Okay, Queen geht weiterhin außen rum. Aber tankt schön den Scattershot hier. Wunderbar. Er lässt die Championatin hier mitlaufen. Also die royale Gladiatorin. Ist vielleicht nicht so cool, weil da kannst du auch schnell mal einen Highlight-Switch geben. Nehme ich jetzt schon. Weil das kriegt die Gladiatorin hier den Beschuss. Und die hat aber längst nicht so viele Trefferpunkte wie die Queen. Und wird sicherlich jetzt auch sterben. Aber da hat er eigentlich noch ganz gut, würde ich sagen, gerettet hier in der Mitte. Sind aber noch die Miner. Also aus ist das Ding hier noch nicht. Und die Championatin wird noch weiterhin geheilt. Luftmine. Und jetzt geht es hier hinten schon ins letzte Compartment rein. Okay, da sind jetzt noch ein paar Miner am Start, sehe ich gerade. Und der Worden auch noch. Aber der Worden kriegt jetzt heftig Beschuss hier. Schade. Worden ist weg. Heiler. Switchen nochmal auf die Queen hier mit. Und okay, der Babydrache macht jetzt natürlich nicht so viel Schaden, weil die Heiler da wieder sind. Das heißt also, wenn Lufteinheiten in der Nähe der Babydrachen sind, dann kommt er nicht dazu, seine Fähigkeit auszuspielen. Und ich denke mal, 20 Sekunden, da lebt noch ein bisschen zu viel. Queen ist aber noch zündbar. Er hat auch jetzt richtig lange gewartet mit, okay. War aber keine Selbstzündung. Und wie immer, Riesenbombe, wenn die Queen da rumtapst. Aber in 8 Sekunden. Aber schöner angefühlt, schön gemacht. Und erst mal ein Zweier drauf. Mal sehen. Das kann man dann letztendlich natürlich ein bisschen ausbauen, ein bisschen kopieren. Queen leider außenrum. Wenn die ein bisschen mehr mit in die Mitte gegangen wäre, hätte das Ganze vielleicht anders ausgesehen. Aber schön gerettet. Ich muss ja auch noch ran hier. Ich werde das Ganze jetzt auch ein bisschen vorbereiten. Ich glaube, ich übe jetzt mal ein bisschen Hybrid. Und dann sehen wir uns in jedem Fall in neuen Folgen hier in der Woche, in jedem Fall von anderen Dörfern. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also feiert einfach das Jubiläum mit. Feiert den Tag. Bleibt gesund. Und bis dahin. Euer Toto. Flasht. Ich hoffe, das war's. 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 Vielen Dank.